Yo was geht ab wie die Leute hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rainbow Six Siege zur Team Deathmatch Bombe Puh wir erkennen, da hilft uns eigentlich viel weiter Ich glaube nichts hilft uns aber so gut weiter wie ein Schild auf jeden Fall auf dem Flugzeug Soll eigentlich klappen Wir müssen eine Bombe aufschmüren Eure Drohne hat eine Bombe gefunden 10 Sekunden bis Einsatz 5 Sekunden bis Einsatz Entschärfer wurde erneut gesichert, rückt zur Bombe vor und entschärft sie Gut so jetzt haben wir jetzt alles Dora destraktiv 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 Dora ab Ja, genau. Where are we going? Bad, 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 bad. Bad, bad, bad. Bad, 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 bad. 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 Bad, bad. Bad, bad. 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 Standort der Bombe in Gefahr. Entsprechend planen. Standort der Bombe in Gefahr. Standort der Bombe in Gefahr. Gerät scharf gemacht. Tür im Auge behalten. Barrikade wird errichtet. Zugangssperre angebracht. Was ist das? Ein Gang präpariert. Nicht in den Explosionsradios kommen. Geht. 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 des eigenen trupps verbleibt schärfer wurde erfolgreich platziert deaktivieren eigener truppe eliminiert mission gescheitert was soll ich da machen ja ich habe keine chance irgendwas zu retten ihr müsst eure drohne verwenden um eine bombe aufzuspüren gut besser stream es mal wieder wie immer reinde anwesieren erster schock Zehn Sekunden bis zum Einsatz. Einsatz in fünf Sekunden. Entschärfer wurde zurückgeholt. Eure Mission lokalisiert und entschärft eine Bombe. Ruhne bereit. Ruhne. Hier sind sie auch nicht. Er wird hier in zwei. Ruhne unterwegs. Der Entschärfer ist nicht länger in deinem Besitz. Lade nach! Brauche Deckung! Das kommt einfach in den gefallenen. Bis zum nächsten Mal. Übernehme medizinische Erstenplassauber. Dann bitte jemand was sprengen, alter. Ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp. Alter, du machst was, alter, versuch doch mal was. Wir müssen uns vorsichtig vorwärts bewegen. Ja, kill ihn! Eigener Druck neutralisiert. Keine Chance. Keine Chance. Ja liebe Leute, ich bedanke mich mal fürs Zuschauen bis zum nächsten Part von Rainbow Six East. Bis dahin, haut rein und tschüss.